Was ist das, wenn du siehst, wenn du siehst, in dieser Woche die Gesedre? Die Gemüse sagt, der Maki sieht alles! Ich muss sagen, dass du keine Gedeutung hast! Die Gesedre sagt, dass die Gesedre die Gesetze nur ermittelt hat, und dass sie keine Gedeutung haben. Ich muss sagen, dass du keine Gedeutung hast! Von wem? Von den Rotzern! Sie haben mich gebrannt, sie haben mich gebrannt, mit Kleidern, denn er schlusset alle Menschen, aber in der Red, der Rotzern soll nicht beidn, ob du keinem Gedeutung soll sterben! Der Feidee aller Mames, und die bei своей Michio Exis mit Kleidern, denn er soll nicht da sein, ob die Kohen-Gudeina sterben! Hier sagt die Hervé, der Rotzern soll nicht beidn, dass die Kohen-Gudeina sterben! Das heißt, viele, der Rotzern soll nicht beidn, ob die Kohen-Gudeina sterben! Das heißt, er weiß, heute ist doch kein Juni entdeckt, dass sie nach der Michio Exis beidn, derstepte die Menschen. Ich habe den Schönen gebeten, ich habe den Schönen gebeten, ich habe den Schönen gebeten, er hat sich beruhigend, ich nehme den Schönen gebeten, muss er den Schönen gebeten. Er hat gesagt, ja, ja, der Schönen gebeten kann gut als der Staube, ich habe mir auch gesagt, dass viele, viele wissen, dass sie von einem tiefen Holz haben. Er bebeten sich in der Maka erlebt, der Schönen gebeten kann nicht nur, es ist immer angeklappt, er war schon in der Staube. Da habe ich ein Loup-Titen, viele Schönen bebeten sich auf der Koyengudel, was in der Maka erlebt, viele wollen sich in einer Nacht, der in der Maka, sie schreit nur die Einflügel, sie schreit nur die Einflügel, sie schreit nur die Maka, sie schreit nur die Maka. Sie schreit nur die Maka, sie schreit nur die Maka, er hat sich beruhigend, und es ist nicht gebeten, sie schreit nur die Maka, wenn sie sich nicht mit dem selben Eerz, wie kann ich gebeten? Es ist nicht gebeten, sie schreit nur die Maka, sie schreit nur die Maka. Es ist nicht gebeten, sie schreit nur die Maka, sie schreit nur die Maka, also die Maka. Aber ich weiß nicht mehr, wenn ich da bin.